Ja hallo. Wir schlafen jetzt erstmal ne Runde. So, einmal zwischenspeichern. Und das hier. Jawoll. Sehr geil. Gut. Sagen wir nur Nutrition. Hätte Kohlenhydrate. Haben wir noch Knochen? Noch Infusion. Nochmal kriegen ist nicht das Problem. Nehmen wir mit. Dann können wir wissen was machen. Äh, verschütten. Dieses Ding. Weg. Essen. 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 Wir bereiten uns jetzt vor. Und das Ding. Was brauchen wir? Wir haben zwei Rationen bei. Hölz ist kein Problem. Hölz finden wir so. Ich würde... Wasser haben wir bei. Hören wir mal was mit. Heile mitnehmen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Wir nehmen dich mit. Weißer was kochen müssen. Ähm. Wir machen ist auch kein Problem. Hier haut nehmen wir mit. Wir haben einmal ein Unbekannte Nummer eins. Backblüte. Siehst du Funky sein, ne? Namen geben. Nennen wir dich Funky. Äh. Ja. Ameisen haben wir. Wir nehmen dich auf jeden Fall mit. Wir nehmen einen Stein lassen wir hier. Wir nehmen dich mit. Eine Paranus. Asche lassen wir hier. Bananen Samen. Auf jeden Fall. Mahnen. Haben wir Mahnen noch im Gepäck? Ja. Mahnen haben wir noch. Wasser haben wir. Ähm. Ich weiß noch nicht, was ich damit noch genau mache. Ja. Aber neuer Kick wieder. Ähm. Platz habe ich jetzt noch. Ich würde gern. Da müssen eigentlich drei Diener dranhängen. Dammeln. Haben wir jetzt nicht zwei davon? Ne. Nehm ich trotzdem jetzt eine Unbekannte Wurzel. Ähm. Mal essen. Geil. Hä? Kann man nicht aufholen? Ja. Habe ich, habe ich, habe ich. Tabelle. So an sich. Bambus. Brauche ich unbedingt Bambus? Ja. Wir nehmen. Mal hier einpflanzen. Gut. Nehm ich noch einen zweiten Turtle mit? So. Jetzt die Sache. Aber was brauche ich noch? Ich habe Essen bei. Ist gut. Ich habe zwei Kürtels bei. Ich habe das bei. Ich habe das bei. Verbände habe ich ohne Ende. Ich habe Pfeile. Ich habe das. Was? Ich habe ein bisschen Kohle. Aber eigentlich nicht. Nicht weiter, ne. Holz ist unwichtig. Was kann hier stehen bleiben? Hier. Das bist du. Was ist was? Ich werde jetzt mal stehen. Okay. Dann werden wir jetzt weiterziehen. In dieser Folge. sind unterwegs nach das lager so stehen haben wir vielleicht noch irgendwo energiepilz würde sagen wir nehmen energiepilz noch mit wenn wir was finden zwei turtles mit schon mal große suppen haben wir energiepilze haben alles wasser frisches wasser haben wir hundert prozent was zu essen haben wir sehr geil ich würde jetzt einfach schon sagen wir gehen jetzt hier hoch haben alles wichtige gucken dass wir den jungen jetzt gestrichen würde gerne möchtest nicht unbedingt noch mal vergiftet hier weiter durch die gegend latschen wenn wir hinten bekannte vorstoßen hier haben uns hier checkpoints aufgebaut wo wir uns zur not heilen können das ist doch schon kratzer ok mapu 42 22 hier jetzt einfach nach osten gott und schuf einfach mit uns du schwerbewaffn ich wusste es ich wusste es keine reise ohne vergiftung wo wir schnell ein feuer diese kleinen dinge hier da kommt ja stopp benutzen Ja, in einem Taschen wird verschwendet, wenn wir wieder vergiftet sind, ne? Okay, die Vergiftung ist weg, jetzt müssen wir das Fieber noch runterkommen. Okay, oh nee. Okay, wir haben genug. Ah, ich wusste es, ich habe doch irgendwas gelagert. Ja, jetzt müssen wir noch Feuer anzünden. Deswegen habe ich Wasser mitgenommen. Warte, ich habe Wasser von hier drin. Wieder einmal öffnen. So, Fieber ist weg. Weiter geht's. Ich muss aber hier hoch, glaube ich. Ich glaube, ich muss hier hoch. Oder? Ich muss hier mal noch rausziehen. Das ist die Sache, Jungs. Das zieht sich nicht gut. Wir werden es rausfinden. Wir werden Energiepilz geil, ne? Ich muss da hoch, irgendwie. Hier ist doch gar nichts so abhängig, dass wir Energiepilz kriegen, ne? Das Fieber zieht ganz schnell an die Kräfte. Vielleicht können wir noch so einen dicken Raum und dann nehmen wir uns in der Giepilz. Äh, was fehlen uns an die Kräfte? Oh, das ist doch kein Problem. Das ist doch kein Problem. Essen. Ah, hier müsste ich gehen. Ne, 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 ne. Jo, Kletterstille. Entschuldige. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Po-honene-tipoga! Er ist ein Roba-tipa! Ja, das ist für mich! Ich muss ihn verweilen. Äh, Fletscho! Po-honene! Fletscho! Es hat funktioniert. nichts. Ich habe keine Ahnung, ob ich diese Karte finde. Wir werden es rausfinden. Es ist für Ruhe. Oh, Bambus. Bambus, gut. Ah, hört sich schon. Wie laufen die Dicken rum? Guck mal, ob ich eine neue Rüstung habe. Ich möchte aber auch gerne mal eine Eisenrüstung haben. Hier neue Pflanzen? Neue Sachen? Ah, neue Gegner. Vielleicht neue Speere oder sowas. Vielleicht finden wir das Dorf. Oh, hier ist der Pokedile. Hallo. Opsi. War nur ein bisschen mit Absicht. Haben wir mich gesehen? Gut. Gleich gesperrt der Entschädel. Wir gucken mal, ob wir das Dorf finden. Können wir ja aber den... So, das neutrale Dorf. Aber ich weiß ja nicht, was ich hier machen soll. Nein, Trägel. Geil. Miese Wieslinghaut ab, wenn man beim Speer. Was soll ich mit der alten Knoppen klären? Was soll ich damit? Hier ist ne Höhle. Ich muss irgendwo einen Punkt finden, wo ich mir ein Bett bauen kann. Meinen groben Gans kann ich mir ein Bett überall bauen, ne? Aber ich muss ja mich erstmal auf dieser Karte zurechtfinden. Dann suche ich mir einen schönen Platz, wo ich mich bauen kann. Einen schönen zentralen Platz oder sowas. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Hier war ich schon mal. Ach, hier war ich in der Hauptkampagne schon mal. Ja, ja. Gibt's kein Mahne. Wenn sie in dem Szenario auch drin sind. Gute Fleischlieferanten. Ich hab den kaputten Speer. Prozent. Aha. Pfeil, Pfeil, Pfeil. Ja, ich lieg einfach da und schimmel solche. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier bin. Ah. Kommt los. Kann ich mir ein Bettchen bauen? Ich hab keine Einträge. Na geil. Ich hab keine Einträge. Na geil. Mühlen. Aber ich möchte mir erstmal hier ein Bettchen hinsetzen. Wo waren das? Ich hab auch ein Bett. Rummelt. 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 Wollte an sich genug da sein. Ich hab mich jetzt gefixt, dass ich nicht mehr genug hab, um mir ein Bett zu bauen. Wollte an sich nicht mehr. Die große Gase ist das ein geringer Problem. Wollte an sich ein geringer Problem. Wollte an sich nicht mehr. Ja, was fern hat die Geringe. Wollte an sich nicht mehr. Wollte an sich nicht mehr. Komplett abgedeckt. Richtig komplett abgedeckt, ne? Äh, sammeln. Ja, ich schlaf erst mit dem Regen. Das ist normal. Ja. Die Reile sollte ich auch mitnehmen. Das ist ja eigentlich nicht abgedeckt. Guck mal, ob das Feuer trinkt. Nixen? Immer noch ein bisschen was da. Geht's aus? Äh, sollte man keinen überdachten bauen. Okay. Ne, es geht aus. Okay. Also, wir suchen erstmal unseren Körper ab. Ja. Ja. Okay, jetzt mach mal Penn. Okay, das funktioniert so nicht. Aber ist okay. Dann kann ich leben. Okay. Wenn wir in die Tappen schlafen, ist irgendwas schon vergammelt. eine Stunde essen. Essen. 14 Stunden, das ist ewig haltbar. Eine Stunde essen. Essen. 19 Stunden, das reicht noch. Essen. Gut, wir schlafen. Und das war fresh. Okay. Einmal portieren. Es. Aber wir sind relativ gut. Karte hab ich ja nicht. Ne. Hier bin ich zweier Karte. Fertige Sonne auf. Ah, oh, oh. Da sehen wir einen ermüdeten Euglein. Wir werden das Stammestor suchen. Und wir dann irgendwo dann eine... ...Karte. ...Wird hier irgendwo... ...was geben. Wo ist das Vieh? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, meh. Okay. Ach du Heiland. Hab das Vieh gar nicht gesehen. Wo hast du mich aufgefressen? Äh, wo? Moment. Das Problem haben wir gleich. Einmal Ameisen. Kann ich noch ein paar Band rüberziehen? Ich hätte eiskalt meine Rüstung um den Arsch gemacht. Wir sammeln mal dich ein. Uff. Ähm. Ja. Geil. Äh, zerstören. Ja, wir haben ja noch nicht das Problem. Was haben wir zum Beispiel schon mal? Fleisch. Ja, meine Rüstung ist cool. Ja, ich möchte jetzt ein bisschen... ...zumachen mal. Rases müssen wir so bauen. ...zumachen mal. Nein. So, das braucht eine ganze Weile. Okay. Oh, schluck. Ach, das machen wir später. Das wird wahrscheinlich eine Legende sein. Oder? Okay, das ist ein Dorf. Irgendwo muss ja ein Dorf sein hier. Möchte schon mittelwarm Wasser sein? Kann man Krokodile fahren wegen Fleisch. Boah, nicht zu nah, dass ich denn Angst haben muss, dass ich alle fünf Minuten überfallen werde von soem Vieh. Okay, oder zwei Tage, wo das Spawnrad ist. Ja, Ameisenwunderheilung. Okay, oder? Okay. 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 die große Erkennungstour, bevor ich jetzt irgendwas entscheide. Ich möchte die gerne eine Karte haben. Wieder mit dir. Bocke. Ich bin jetzt dabei, ne? Okay. Oh, wie gibt es die da? Ich habe Frauen zu sammeln. Oh, Nahrung. Ist mir ein Guckzack? Ja, die gammelt nicht mehr. Fertige Dinge. Nehmen wir auch mit. So, in der nächsten Folge rennen wir hier wieder planlos durch die Gegend, um verzweifelt irgendwas zu suchen. Bis dahin. Ciao. Ciao.